Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgits heutiger Musikstunde. Wir spielen heute das Kinderlied London Bridge is Falling Down. Das Lied hat einen punktierten Rhythmus, eine Viertel mit Punkt und eine Achtel. Dann es hat einen neuen Ton, das A. Und am Ende versuchen wir es noch mit einem anderen Rhythmus zu spielen. Aber hört mal, ich spiele es euch einmal ganz vor. Eins, zwei, drei, vier. Macht mit, kommt her an die Tasten.